Wir funken zu Raumstationen und duzen einander von der Schülerin bis zum Scheich. Wir schicken Bilder, Daten und E-Mails rund um den Planeten, kostenlos und ohne Internet. Wir helfen in Not und bei Katastrophen. Wir halten Kontakt. Weltweit. Über alle Grenzen hinaus. Wir sind Freunde ohne Grenzen. Wir sind Funkamateure.